Leute, vertraut mir, die heutige Folge kann richtig spannend werden, denn heute werde ich in Random Duos gehen und ich werde mein Teammate fragen, wie gut er von 1 bis 10 Fortnite spielen kann. Wenn er dann zum Beispiel sagt, dass er eine 5 von 10 ist, muss er 5 Kills machen in der Runde und mit mir zusammen den epischen Sieg holen und dann bekommt er 2800 V-Bucks. Wenn er aber sagt, er ist eine 1 von 10, also richtig schlecht, dann muss er einen Kill machen und zusammen mit mir den epischen Sieg holen für 2800 V-Bucks. Ich denke, ihr habt das Format verstanden, Leute. Lasst auf ihren Like da unten ein Abo, denn viele von euch schauen meine Videos, aber lassen kein Abo da, ich weiß nicht wieso. Und jetzt bin ich extrem gespannt, wie sich mein Duomate in der Runde einschätzt und ob wir überhaupt den epischen holen. Ich würde sagen, let's go. Hello, hello. Where are you from? Germany. Let's go. Kannst du mir eine Frage beantworten? Ja. Wie würdest du dich einschätzen von 1 bis 10? Wie gut bist du? Ganz so 7. 7 von 10? Ja, schätze ich so circa. Okay, wenn du 7 Kills diese Runde machst und mit dem epischen Sieg holen, bekommst du 2800 V-Bucks. Ey, bist du der echte? Vielleicht? Du musst jetzt schnell entscheiden, wo sollen wir landen. Ja, dann landen wir da. Da landen? Okay, perfekt. Oder nee, da, da. Okay, da. Du entscheidest diese Runde alles. Wo wir hingehen, ob wir pushen, ob wir nicht pushen und so weiter. Aber 7 Kills und e-pischer. Wenn du keine 7 Kills machst, bekommst du keine Bi-Bucks. Mit e-pischen. Ja, zusammen. Also ich werde dir natürlich helfen. Bist du dabei? Ja. Okay, easy. Denkst du, wir schaffen das? Hoffentlich. Hoffentlich, sagst du? Oh, hier landen sogar Gegner. Das war's komplett. Oh, die landen hier drinnen. Dann komm ich mal zu dir. Also ich bin jetzt hier full, hab zwei Waffen. Aber hier auf unserer Insel sind zwei Gegner. Ich komm mal zu dir. Ja, aber als ob du echte Echte bist. Oh, einer pusht mich, glaube ich. Der ist an mir vorbeigeflogen. Oh, die fighten da hinten jetzt, glaube ich. Was hast du gesagt? Bist du echter Echte? Wie echter Echte? Wie was? Ja, der echte Flakes. Ähm. Nein, natürlich nicht, Bro. Ja, aber dann würdest du dir jetzt so eine Aufgabe stellen. Ja, dann kannst du es ja selber beantworten, oder nicht? Okay, du musst jetzt entscheiden. Sollen wir pushen, sollen wir nicht pushen? Bist du bereit? Ich hab nicht meine Pump. Das wäre ein bisschen kacke. Oh, du hast nicht meine Pump? Okay. Soll ich die Stadt hier einnehmen? Was sagst du? Ich würde nicht sagen, weil die Gegner würden da direkt drauf pushen. Oh, die kommen sogar in unsere Richtung. Ja, ja, die sind hier bei uns. Ich schleich mal hier, damit die mich nicht hören. Du hast immer noch keinen Loot. Gescheiten Loot, oder? Ja, ich brauch nur eine Pump. Nur eine Pump. Okay, das ist ein Problem. Dann müssen wir dir eine Pump suchen, auf jeden Fall. Ich hab dieses... Ah, ich hab eine. Ah, okay, okay. Perfekt. Ich hab dieses 3D-Manöver am Start. Gegner vor mir? Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Soll ich die anschießen? Deine Entscheidung, Bro. Nee, die gehen weg, oder? Ja, glaub schon. Aber das ist nur einer. Der hat uns gesehen, glaub ich, ja. Der hat uns gesehen, ne? Soll ich ihn anschießen? Ja, lass ihn an. 50, 90. Cracked, 55 White. Komplett White. Gegner, kommt auf uns. Okay, das ist ein Solo. 100. Der hat 100. Oh, der ist low, richtig low. Ich hab einfach 2 MPs dabei. Ich bin lost. Ich dachte, ich hab ne Pump dabei. Der ist richtig low, der will sich healen. Und jetzt kommt der andere. Dead. Warte. Oh, das war mein Fehler. Wo ist der andere? Ist der hier irgendwo? Der da. Ah, der hat diese Schießdinger. Ja, das ist nervig. Okay, 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 okay. Wo ist der? Okay, cracked. White. Digga, du hast ihn mir aufgestopft. Nein. Hast du jetzt beide Kills? Ja, ich hab beide. Nein, das war's komplett. Okay, 2 Kills hast du schon mal. Das heißt, 5 Stück musst du noch machen. Echt jetzt? Ja. Ja, läuft. Guck mal, und jetzt bist du im Video mit dabei. Wenn die Runde natürlich gut wird, ne? Ja, wahrscheinlich. Digga, ich hatte einfach 2 MPs dabei. So lost. Ich dachte, ich hab ne Pump. Und ich schieße so einmal. Auf einmal mach ich nur so einen MP-Schuss. Ja, jetzt ist halt das Ding. Sollen wir pushen oder nicht, ne? Ja, das ist das Problem. Wir müssen uns halt beeilen, weil es werden immer weniger Gegner. Du musst noch 5 Kills machen. Weil wir können ja so oder so den epischen holen. Ja, lass uns auf andere. Okay, okay. Auf andere. Also so ein schlechtes Gefühl bei denen. Ja. Okay, okay, okay. Ich hör auf dich. Weil 400 Mets ist fair. Ja, das stimmt. Darf ich dir eigentlich ne Freundschaftsanfrage schicken? Hm. Komm, dann machen wir so, wenn du auch den epischen holst, ähm, kriegst auch ne FA von mir, okay? Oh, die kommen in unsere Richtung. Ja, ja, ja. Deswegen. Ja, da unten sind die. Die haben aber, oh, die benutzen Katana. Die gehen jetzt hier hin. Hier, guck mal. Ah, sollen wir die pushen? Den eigentlich könnten wir viel hinten einmal. Ja, aber dann werden die eh abhauen. Ja. Mit Katana. Ich hab das Ding noch nicht aufgeladen. Aber wir haben beide 70er-Shirt. 100. Ich schieße dein Ding auf. Box, äh, hab ihn. Oben ist noch einer. Die Finish für Mets. Der andere ist noch oben am Film. Der hat ne blaue. Der ist im Busch oben. Hier. Ja, ich glaube. Der hat nur den Baum kaputt. Ist auf. Oh mein Gott. Hast du ihn tot? Nein, ich hab ihn. Okay, das war jetzt unlucky für dich, dass er direkt gestorben ist. Nein. Müssen wir zusammen acht, äh, sieben Käs haben, oder? Eigentlich du nur, ne? Ja, aber man muss ja, man ist ja ein Team. Da muss man ja zusammen arbeiten. Ach so, jetzt drehst du so ein bisschen die Challenge um. Ja. Komm, es leben ja noch acht Gegner. Und die waren jetzt auch nicht gut. Also wir könnten direkt pushen gehen, ne? Komm schon, hier müssen irgendwo Gegner. Also wenn wir jetzt Gegner sind, direkt drauf gehen, okay? Ja. Komm zu dir. Einer wurde sogar rebooted. Oh, neben uns. Hier ist einer in der Nähe, ja. Ja. Der kommt. Der ist bei mir irgendwo. Ja, der ist da oben, der ist da oben. Oh, da komme ich jetzt nicht. Oh, da, da, doch. Ich gehe hoch. Er ist immer noch vor mir. Er ist vor mir. Oh nein, das sind zwei. Oh, ich bin down, ich bin down, ich bin down. 70. Oh nein. Craig, one hit. Ich habe halt kein... Und da schießen noch andere. Da schießen noch andere. Und ich habe kein Heal. Box dich, box dich. Ja, ich habe mich geboxt, aber ich habe kein Heal mehr. Die werden jetzt safe. Komm. Da war noch ein anderes Team, das mich angeschossen hat. Ja, wir müssen ein bisschen chillen. Du hast gar kein Heal, ne? Ja, ich habe halt hier... Ah, da oben ist einer. Die sind auf dem Dach. Hat 33er Hit, aber das sind zwei Teams, zwei Teams, die da gerade fighten. Aber die haben halt dieses Laser, äh, die Laserwaffe. 23. Ich gehe... Dead. Ich habe ein Dead. Okay, sollen wir den anderen pushen? Ja, ich finish noch schnell. Ja. On me, on me ist der zweite. Kannst du kommen? Ja, ich komme. Ich mache 3D-Manöver. 70. Nochmal 17, 17. Und? Dead. Oh, nice, 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 nice. Äh, wir müssen uns, glaube ich, schielen. Oh, der hat eine mythische Pump. Willst du die? Ja, ja. Ich habe eine Hirne für dich. Okay, okay. Die ist hier drin. Oh, da schießt. Gegen neben uns. On me. Der ist wild, der ist wild, der grüne. Der ist wild, der grüne. Dead. Okay, nice. Von oben schießt jetzt jemand. Die sind ganz da oben. Ey, komm mal zu mir am besten. One hit. Dead. Was? Warte mal, wie viele Kills hast du jetzt? Sechs Stück. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dann lass safe spielen, lass safe spielen. Ja, ja. Dann komm her. Wir können jetzt den letzten Kill, kannst du dann machen. Dann lass die erst fighten. Das heißt, du hast jetzt keinen Druck mehr. Jetzt können wir chillen, weil ein Kill musst du ja so oder so zum Win machen. Ja, das stimmt. Die snipen. Oh ja, die snipen. Ja, die snipen. Wo sind die? Scheiße, da, da. Ja, egal, es sind noch, warte mal, ein Solo. Ja, genau, ein Solo. Oh, da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Da ist auch einer. Ein Solo. Mit Peaks, wirst du direkt ein Hedgehammer bekommen. Egal, dann lass runtergehen. Wir sind in der Zone, komm, farmen und in der Zone einbauen. Oh ja, der ist hier oben. Die kommen immer näher. Die bauen sich im Highground hoch. Wir können aber hier unten chillen. Wenn die zu nah kommen, könnten wir die auch grieven. Oh ja, er snipet. Er snipet richtig. Dann lass. Oh ja, komm, lass runter. Komm zu mir, da wo ich gebaut hab. Hä? Hinter mir? Oh mein Gott, nein. Okay, wir müssen chillen. Ich nehme ein Slap-Dings. Ja, ja, chill, chill, chill. Nein, nein, egal. Meins lädt sich jetzt eh noch auf. Der ist hinter uns. Egal, wir bauen jetzt einfach so. Warte, ich... Bau safe, bau safe. Lass nicht so bauen jetzt. Lass runter. Sollen wir runtergehen? Bevor wir dann Fallschaden bekommen. Sonst müssen wir die ganze Zeit jetzt bauen. Oh, die... Briefen wir den da drüben? Ähm... Lass nicht so schnell. Der ist jetzt genau in uns. Der ist alleine, der ist alleine. Der ist alleine. Die werden den jetzt eh fighten. Ne, 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 fighte nicht, fighte nicht. Ja, ja, guck mal. Der ist überlaufen. Der ist 100. Oh, Zone, Zone, Zone. Oh nein, oh nein. Lauf, lauf, lauf. Mir hinterher, mir hinterher. Ja, ja, ich bin, ich bin, ich bin Zone. Fast Zone. Komm genau zu mir her. Ich komm zu dir? Keine Ahnung, wo der andere jetzt gerade ist. Die sind alle komplett da oben. Die haben komplett Highgrounds. Dicker, was tun wir? Also, ich kann jetzt in die Zone mit Katana gehen. Soll ich das machen? Und eine Box bauen? Warte, warte noch, warte noch. Weil, die wird noch lange musen. Du kannst auch den Slurp trinken, ne? Ich bin Zone. Dicker, wie die Snipe wollen. Hinter mir Gegner, hinter mir Gegner. Kannst du kommen? Ganz schnell. Box einfach, box einfach. Ja, ja, ich sehe ihn. Ah, 20er Hit. Ich hab'n, ich hab'n Ding. Komm zu mir, komm zu mir. 70, Crack, One Hit. Du musst Zone gehen, du musst Zone gehen. Bau dich ein, bau dich ein. Er ist dead, ich hab' ihn, ich hab' ihn, hab' ihn. Bau' dich ein, bau' dich ein. Die schießen von oben. Die haben halt die Kack-Sniper. Die haben Highground. Wir können die runterschießen. Wir müssen die runterschießen. Ja, ja, sie sind... Schießt die irgendwie... Hab' einen gehittet. Der hat 20, neben uns. Ich mach' Katana gleich. Fuck, ich hab' voll der Mischkasse. Ich bin ganz unten. Ja. Hat Hit. Ich mach' den Greif. Halt einen, White, White. Hab' ihn. Nice. Der andere ist da oben. Lass' ihn, lass' ihn. Komm' den... Greif' ihn. Ja, ja. Ja, ja. Soll' ich nach oben? Ich geh' nach oben. Warte ich. Oh, der hat mich geboxt, Digga. Cool. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der ist on me. Oh, ich bin unten. Lauf zu. Und er ist dead. Was? Du hast ihn? Ja. Dein Ernst? Warte mal, wie viele Kills hast du? Ich glaub', ich hab' neun Kills. Was? Neun Kills? Ich hab' acht. Ich hab' acht Kills. Acht Kills? Und ich hab' wie viel? Ja. Ich schau' mal nach. Äh. Drei. Digga, was war das für ne kranke Runde? Natürlich werde ich dich jetzt adden, Bro. Und dann machen wir das am besten so. Das dauert ja 48 Stunden, also zwei Tage. Dann kann ich dir Sachen aus dem Shop schenken. Und dann werde ich dich einfach einladen. Und falls du nicht da bist oder so, schenke ich dir irgendwas aus dem Shop. Für 2800 Kugaks, okay? Ja. Ehrenmann. Gut gespielt. Leute, lasst auf ihren Like da unten ein Abo. Ich küss' euer Flakes. Ich küss' euer Flakes, Mann. Was für euer Flakes. Ich bin grad übel aufgeregt gewesen, Mann. Ich küss' euer Herz. Euer Flakes. Ciao. Willst du auch noch irgendwas sagen? Äh, ja. Danke für alles, würde ich sagen. Ich küss' dein Herz. Bist du nervös gewesen gerade? Ja, absolut. Alter, wie krank das noch gelaufen ist gerade. Okay, hau rein, Bro. Wir sehen uns in zwei Tagen, okay? Ja. Hau rein. Ciao, ciao. Alter. Holy moly. Ich küss' 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 ich Vielen Dank.